naja gar nicht so schlecht jetzt auch nicht so super gut aber dann würde ich erstmal hinten auf am bahnhof die tanks markieren den lkw dort steht dann hätten wir uns schon mal zwei sachen markiert wenn das klappt 140er ping mann richtig geil so 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 Untertitelung. BR 2018 Ich lese gerade 5 Seiten im Forum. Oh, okay. Ist aber auch nicht gerade im Trost. Auf der einen Seite gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, aber ein richtiger Trost ist es auch nicht. Vielleicht sind die alle bei Vodafone, Olli. Okay. 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 Ich bin, fällt mir gerade ein, von der Seite schon lange nicht mehr Richtung Süden gelaufen. Jetzt überlege ich, wie ich dann laufe. Alles auf Englisch. Aber Vodafone ist international. Guck mal, ob das Wort Vodafone auftaucht. Ich hoffe, hier hinten liegen keine Minen. Da bin ich noch nie lang gelaufen. Ja. Okay. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen konzentrieren, weil ich hier ohne irgendwas, ich arm wie eine Kirchenmaus bin, einen scheiß Ping habe und es sich anfühlt wie auf Streets mit diesem Rubberbanding. Alter, das ist doch nicht normal, sag ich dir. Was ist denn das? Jetzt hab ich auch noch so ein... Aber Olli, ich glaube, du hast doch schon mal was erzählt von IPv4 umstellen lassen. Also IPv6 auf IPv4 zurück oder so. Irgendwas hab ich doch schon mal im Chat gelesen. Du kannst den Link auch gerne hier posten, wenn du möchtest. Irgendwie ruckelt das auch. Danke, Joki. Olli, guck mal, vielleicht hilft es dir. Und wie war dein Raid eigentlich, Joki? Alles geklappt oder mit den Füßen voran wieder rausgekommen? Ich bin dollier, ich bin dollier, ich bin dollier. Das war's für heute. Oh, wow, 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 wow. Da sitzt einer am MG, Alter. Scheiße. Hintenlang am Wasser, aber ich... Ich kenn mich nicht aus. Muss man die Map aufmachen. Richtig gut, weil der Interluden hat einen BMC gekillt und eine Virokromes Gaps getroffen. Zum Extracken, okay, cool. Haben wir auch nicht auf dich geschossen, oder? Bei mir war es ja so, dass in letzter Zeit viele Skeff-Spieler gern auf mich schießen, weil ich als Skeff drin bin. Finde ich gar nicht so witzig. Und die Skeffs hatten nicht das Bedürfnis, dir in den Schädel zu schießen. Ja gut, der Moment war hinten wahrscheinlich am Skeff-Exit. Dann am Skeff-Lager. Bin noch nie, glaube ich, noch nie, außer damals, wo das Event war. Da bin ich mal mit Skeffs oder PMCs raus, aber sonst noch nie. Ich glaube, den Weg kann man auch vor bis zur Straße unbescholten laufen. Ja, ich hab halt auch keinen Voice-over-IP, weil es aus technischen Gründen ist es auch ein bisschen blöd. Ich hab halt den Streaming-PC, da hab ich Discord drauflaufen. Da läuft mein OPS und alles, was ich so brauche zum Reden oder Schreiben und so. Und da hängt auch mein Mikro dran. Somit habe ich kein Mikro im Game sozusagen, dass ich halt das Voice-over-IP aktivieren kann. Und es ruckelt. Ich bin hier noch so gut wie noch nie langgelaufen, aber ich glaube, hier kann man langlaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ein bisschen Angst. Ich bin hier noch so gut wie immer. Ich kann mich nie nemen. Ich will hier vorne den LKW markieren, der hier beim Music-Camp quer auf der Straße steht. So nah und doch so fern. Kann ich hier um das Ding rumlaufen oder fliegen jetzt die Granaten, die Minen um die Ohren? Wie gesagt, von der Seite, vom Norden nach Süden bin ich so gut wie nie unterwegs gewesen. Ewig her. Weiter vorne sind Minen, okay. Wie komme ich jetzt eigentlich... Da sitzt am MG, Mann. Da legt mich doch um. Hä? Wo ist der LKW hin? Hä? Bin ich doof? Hä? Stand ja nicht immer ein LKW quer auf der Straße. Ich sehe den irgendwie gar nicht. Ich sag schon mal einen Schiss, Männer. Ah, da vorne steht. Ah, da vorne steht. Knolle, ich danke dir für deinen Sub im 12. Monat und du siehst richtig, 1 Einzelne Survivor. Ich glaube der... Er schießt nicht auf mich. Da kommt ein Flugzeug. Etwas geräuschlos veranlagt. Ich kriege jetzt bis vor. Ich bewege mich so langsam, dass ich unsichtbar bin. Bloß noch diesen einen LKW und dann hat man vielleicht mal Glück mit einem Sporn und kann dann den hinten im Süden markieren. Aber wenn wir es schaffen, den zu markieren und heil rauskommen, dann ist der im Süden auch ein Klacks. Leute, ich tue euch nichts. Ich bin harmlos. Ja, beim armen Olli läuft es gar nicht gut. Er fliegt immer raus aus dem Spiel. Knolle, herzlich willkommen nochmal. Oh, ja. Jemand eine Waffe weggeschmissen. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss, dass ich jetzt beim Aufheben in eine Minelatsche. Die Knolle ist ein bisschen Schiss, aber ich habe mich auch ein Schiss, aber ich habe auch ein Schiss. Schiss, ich habe einen Schiss. Dann bin ich schon. Jemand eine Waffe weggeschmissen. Ich habe mich ein Schiss. Jemand oder eine Waffe weggeschmissen. Ah, da habe ich meine VBO noch wieder. Mein Scope hat mir zwar ein bisschen besser gefallen, aber das ist auch okay. 15 Minuten, das schaffen wir easy. Ihr seht zwar nicht mehr viel, tröstet euch, ich auch nicht. Aber ich glaube, das Grot der Spieler sollte jetzt schon durch sein. Ich sehe nur deine Glatze strahlen. Ey, Knolle, mein schönes, meine schöne Haarbracht. Es wachsen tatsächlich noch ein paar Senker obendrauf. Ich muss mal gucken, bin ich ja nicht, dass ich schon am LKW vorbeigelaufen bin. Weiß ich gar nicht, wo der hier steht. Ist das weiter vorn? Steht da weiter vorn an dem... Mist, ich muss mal schnell... Oh, wir haben noch 9 Minuten. Das sollten wir schaffen. Moment, ich muss mal gucken. Lighthouse. Nee, das nicht. Delicious, latest, Energy Crisis. Und der eine steht... Of the Water Treatment Plant. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Scheiße. Nein, der steht gar nicht hier. Oh, er steht... Stimmt, er steht auf der Wasseraufbereitungsanlage. Hinten da am Gebirge so, wo dann... Morden Osten... Wo das Ostgebäude steht. Mit den Rocks obendrauf. Oh Mann, beim Hubschrauber da gegenüber bin ich doof. Ich dachte jetzt hier hinten auf der Straße. Nee. Naja. Naja, drei LKWs haben wir markiert. Die schlimmsten, glaube ich. Den einen schaffe ich auch noch. Und... Dann können wir den Quest abgeben. Den worken. Und... Bis zum nächsten Mal.